Ich bin der Robert Fröhle, bin 38 Jahre alt, komme aus Verlkirch und bin seit vier Jahren bei dem Team Marent. Meine Aufgabe sind Veranstaltungen und Parkplatzbewirtschaftung, Autos richtig zuweisen, dass sie an richtigen Orte platzieren, Notausgangssicherungen, Personenkontrolle, dass einfach das Hausrecht eingehalten wird und dass die Leute genau dort sind, wo sie hingehören. Das ist eigentlich meine Aufgabe und ich möchte eigentlich Uwe recht herzlich danken, dass ich die Chance bekomme, bei ihm zu arbeiten, weil es einfach für mich eine große Chance ist, mit meinem Handicap da zu schaffen und das auch zu sorgen, dass auch mit einem Handicap in diesem Bereich zu arbeiten ist.